Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Forest, unserer ersten Höhlen-Tour. Juhu, Höhlen-Tour, Höhlen-Tour. Hallo und Willkommen zurück zu unserer ersten Höhlen-Tour. Höhlen-Tour. Oh, da vorne ist Licht, das beunruhigt mich. Was ist das? Oh, hier geht es nochmal tiefer runter. Ah, das ist die Höhle. Ah, hier kennt sich schon wieder aus. Nein. Aber ich würde erstmal da runter gehen. Ja, ja. Ohne Seil. Kann es sein, dass es hier nicht mal irgendwas gab? War das nicht die Höhle, wo es vielleicht ist? Katana? Das wäre mega geil, Alter. Huoh, Warte. Scheiße, ich hab's. Ah, Alter, ja bei mir auch. Aber du hast mich vorgewahrt. Ähm, toll, jetzt geht es das andere mal runter. Oh, da geht es tief runter. Ja, gut, was soll ich noch? Oh, da ist schon einer, da ist schon einer, ne? War das nicht die erste Tour? War das nicht die erste Tour? Das sind zwei, das sind drei. Viel Spaß. Huah! Ha, 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 ha. Ah, toll, wie kommt man da jetzt runter, ohne gleich gehauen zu werden? Oh, das ist mir... Vor allem jetzt kann man da ja nicht so... Vor allem, wenn es gefährlich ist, wenn man von der Kante steht, nicht, dass man da auslösen lässt. Die Kräuersche sind sehr verstörend, muss ich sagen. Ah, guck mal. Was versuchst du grad zu machen? Leuchtfackel. Oh, nee. Irgendwas hat doch länger gehalten. Was hat so lange gehalten? Ne Fackel. So, Stock und Stoff wahrscheinlich war das doch mal. So, einer ist tot. Scheiße. Jawoll, und Headshot, bam. Da lebt noch einer. Ah, der geht weg. Scheiße. Zack, Headshot, jawoll. Sind alle tot. Sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht. Die ganzen Pfeile. Ey, hier. Ist ne... Ach so. Ist hier irgendwo ein Feuer? Nicht das... Na ja, gut. Knochen, ich weiß nicht. Ja, braucht was wollen wir denn so. Ah, hier könnt... Komm mal hier durchhauen. Ich versuch so lang wie möglich erstmal mit meinem Feuerzeug durchzukommen. Ja. Wollen wir hier durchgehen? Ah, hier geht's nochmal runter, ne? Eieiei. Aber hier könnten wir auch nochmal in den Gang reingehen. Naja, wir gehen in den Gang rein, weil da unten hab ich Wasser gehört. Und Wasser ist so laut in dem Spiel. Scheiße, da geht's auch wieder runter. Oh, oh. Ich glaub ich weiß wo wir sind. Erinnerst du dich an diese Grube da? Da gibt's das Katana glaub ich, oder? Ja. Und da sind ultra viele Babys und ein Mutant. Oder war das... LOL. Ich hab's nicht angezündet, oder? LOL. Ich hab ein Leuchtfackel einfach runtergeworfen, ist ne? Das hast du gut gemacht. Da bin ich sehr stolz auf dich. Aber da ist es Katana glaub ich gewesen, oder? Katana wär jetzt halt richtig nice. Das wird uns halt extrem helfen. Jep. Ist die Leuchtfackel schon wieder aus? Anscheinend, ja. Was? Ich treff die kleinen Viecher nicht. Du darfst ja halt direkt zu uns rennen, ne? Der Typ, wenn da nicht... Unten ist es richtig blöd. Weil ich da auch nicht hinziehen kann. Au, meine Fresse, ich Idiot. Ich hab ein Molotow Cocktail runtergeworfen, ohne ihn anzuzünden. Wieso muss man das auch manuell machen, ey? Ich hab halt keine Pfeile mehr, wenn das so weitergeht. Loll, also Molotow Cocktail, der bringt's ja mal... Richtig nicht. Ich hab richtig Hunger grad, ne? Das ist echt problematisch grad. In-game, oder was? In-game, ja. Leut, ich muss mal was hören. Ich hab mal ein paar Bären. Oh ja, Bären. Ich hab die kleinen Viecher mal alle weggeholzt. Alle? Ne, das ist nicht... Ja, doch. Ziemlich. Zwei Molotow, das hätt ich noch. Da wollen wir da bisschen mit dem Pfeil und Bogen reinhauen. Ja, ich bin da bisschen mit Pfeil und Bogen drauf. Loll, ist er tot, meintens halt. Tja. Hallo? Ich erwischen von hier. Ah, das ist gut. Ich erwischen mich. Ah, ja, ja, ja. Nein. Ah, die KI, das ist halt so was auch in dem Spiel. Das ist grad richtig doof, ne? Weil wir... Wir können nicht runtergehen, da bist du instant tot, sag ich. Oh, ich hab halt Angst. Ich hab ein bisschen extrem aufgerissen. Ja, 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 ja. Jawoll. Einmal erwischt. Das ich halt nicht nach... Zweimal erwischt. Noch weiter nach unten zielen kann. Dreimal erwischt. Ah, jetzt ist es wieder vorbei. Ich hab auch Angst runterzufallen, ne? Weil der müsste... Ja, ja, das ist... Dann wieder erwischt. Ich auch. Äh, wie viel... Wie hält denn der aus, Alter? Ja. Ach, das ist... Wird der vielleicht angelockt durch die Leuchtfackel? Ne, ne? Warte, ich werf's mal da hinten hin. So, ich lauf dahinter. Lauf hin, na, komm. Funktioniert nicht, ne? Du uns beiden eingefallen. Nein. Komm schon, jetzt. Ich hab meine Leuchtfackel auch einfach runtergeschwissen. Ja, weil in jedem anderen Spiel ist das halt jetzt automatisch einfach... Oh ja, ja. Ach komm schon, du dummes Viech. So viel kann es nicht mehr aushalten. Ne, wir haben das echt oft und der hat ja auch noch gebrannt und so. Ich hab halt jetzt keinen Bock nochmal einen Molotow drauf zu werfen. Hab ich Angst hab, dass es halt ziemlich umsonst ist. Ja, komm jetzt lauft halt ein bisschen weg. Von der Klippe weg. Ja, jetzt hab ich gegen die... Erwischt. Erwischt. Ich auch. Ey, sag mal, es gibt's doch nicht. Ich überleg echt grad runter zu gehen. So, jetzt hat... Wir noch nicht. Ey, sag mal. Aber er buggt grad gut rum, ich erwisch ihn grad so. Ja, das ist... Loll, also wieviel Fälle. Loll. Oh, er ist tot. Ich glaub, Flares kann man ganz gut verschwenden, oder? Weil die haben wir auch so ne Dauer... Oh, da kann man irgendwas machen. Man kann die häuten. Man kann die häuten. Was? Nein. Was hab ich da jetzt? Mutantenrüstung. Nice. Aber warum ging das bei den anderen nicht, den wir gekillt haben? Weil der wahrscheinlich im Wasser lag, oder? Ah ne, die haben die ja nie gekillt, oder? Nee. Nee, geil. Die haben endlich was geändert. Geil, jetzt was denn? Oh, hier sind ganz viele Pfeile. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Weil die vor allem irgendwie super stark ist, oder? Oh ja, so pink. Oh, wie geil. Geil. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Geil. Okay, dann macht's... Oh, das sind alle Pfeile. Cool. Oh mein Gott. Endlich haben wir es. Ah, die Karte, die Karte war hier. Ah. Oh, hier ist noch was. Oh, ein Camcorder. Yay. Oh, perfekt. Ach, die Karte war hier. Für der Story. Ja, stimmt. So, gleich mal Camcorder. Ja, ich guck mir gleich die Dinger an. Kombinieren und... Zack. Kombinieren. Anschauen. Hm. Hm. Oh. Aha. was war hier dann war das kantor doch nicht hier das ist hier gut aber hier ist sonst nichts oder gedacht hier braucht das katana dann kann wartet halt ich habe irgendwas gewusst das war irgendwas wichtiges hier war scheint war es nur diese karte alles klar aber krass dass ich alle baby der bishop von hier von oben ja groß war nicht viele was mich ist am meisten freut ist das ja wie es ausschaut jetzt endlich haben wir nicht schon ein gekillt ohne witz in dieser staffel ich glaube vielleicht ist es nur bei speziellen natürlich so ist entweder das oder der andere weil wir ich glaube das war mehr wo immer mehr waren dann ist ja im wasser gewesen und dann kann man das oh ich habe echt hunger können wir noch mal zum anfang zurückgehen und vielleicht was braten so braten gut ja ich muss ein snack essen es hilft nichts es ist aber krass wie schnell wenn man wieder hunger bekommt ein snack oder bringt fast gar nichts was echt das ist richtig hart warte ich mach auch mal ein snacki was das bringt doch schon so ein drittel ungefähr ich habe zwei gegessen damit kann ich leben und ich trinke noch ein soda also von mir aus kann man weitermachen ich bin wieder toll dabei sein wir nicht so schnell oder du bist ja ich war beim sein wir müssen uns halt mit hau halten die unten ging es doch noch mal weiter 1 100 oder wir sind doch jetzt in diesen gang reingegangen oder und da ging es doch eigentlich noch mal irgendwo hin oder was ehrlich oder du bist du noch ein zweiter zurück weil ich hier oder gleich hier an die hier war der gang oder an die stimmen da wo wir doch gerade eben waren das war der gang oder oder müssen wir noch mal eins runter warte ich nehmen die tun mal runter ah ja 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 bei uns genau wissen jetzt rechts im gang runter aber da geht dann noch mal das ist ein bisschen merken wo wir schon unten waren warte ich komme genau weil da ist man ja runter ja genau aber vielleicht ist es die stelle wo man nur mit wasser mit dem tauch gerät weiter kommt ich glaube ich habe schon einen tauch gerät nee ah stoff oder stoff auch geil und snacks und uhr wo snack das ist geil wo ist es nicht zu dunkel ich hoffe dass es bei youtube oh nicht zu dunkel oh nee dynamit 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 haben wir ja voll viel was dynamit ich habe überhaupt kein dynamit achso nö ich bin gar nicht hey der rest ist leer oder was hey der rest ist leer oder was hey der rest ist leer oder was oh gott bisschen angst habe ich gerade der siegt doch irgendwas oh ich bin so blutig meinst du beim bei hardcore ja meinst du bei oh gott oh gott jetzt wird spannend ich bin gerade hier bissel in der ecke ich bin gerade hier bissel in der ecke oh man das eiskubild in der sache ich wollte gerade sagen ich bin das machst du schon oh baby auch noch lol 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 oh leckumio was ist das denn hier los warum sind die steine in der gegend das baby muss weg weil das macht relativ viel schaden wenn du dich das anspringt wo sind die ich weiß nicht wo 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 die trocken mich ab Steuernde w współ das baby ist tot ein baby habe ich gut aber das noch baby achtung ein bogen hast du es ja war da ist viel aber meine rüstung ist leiter komplett weg ich habe auch nur noch ein teil von der rüstung ich werde aber so viele können uns überlegen kleines feuer zu machen ja gut aber wir haben stoff fehlt uns halt achtung da war noch einer wo baby war noch du musst aufpassen dass du mich nicht erwischst weil ich glaube ich hätte ziemlich schaden ich hoffe dass es jetzt wert war dass hier was drin ist ehrlich oh ich habe irgendwas gefunden oh hier ist ein koffer hier ist ganz viel shit da ist noch einer zwei alter ich habe es nicht gesehen ich bin vielleicht du musst gerade mal bis ich muss bis hinten bleiben das heilen ist sauer alles gut da kommt noch einer oh mein gott hier ist so viel geld und so geil das hier nur klamotten sind das nervt ein bisschen hier kann man ach so das sind überlebende hier so oh mein gott alle wie viele münzen und sowas die kann man in ganzem noch eine uhr noch eine uhr lol lol guck mal die lassen münzen fallen oh ich habe ein neues outfit jetzt auch noch mal lol hier kann man genau da rein tauchen wir haben jetzt gerade richtig viele münzen also ich habe tausend münzen kann man jetzt schon warte eine uhr dann das hier alkohol und klebeband jawohl ich habe meine erste bombe gebaut Sprengstoff dann brauche ich lol man braucht nur münzen Alter wie viele münzen ich jetzt habe ich habe natürlich ist leider kein toll ich habe kein alkohol mehr dabei ah den lol die lassen ja noch mal Geld zu fallen ach so ich habe auch null cool ich habe eine bombe ja mit mehr money das ist schon bissl derb ne das man eigentlich auf gleich einen trifft das dann ein bissl Geld lasst was brauche ich jetzt noch ähm also give me money more yes alkohol ach so ich habe keine platine mehr ja gut ich kann nichts mehr machen fehlt eine platine ich habe kein alkohol mehr ja gut als die höchsten wir könnten noch eine herstellen falls es ist ja zusammen gut dann immer einfach mal dahinter ich habe mal wieder noch ein paar bären ah Hunger das ist wieso geht Hunger so schnell nach unten ich weiß es nicht das ist richtig hart das ist wie im Sekundentakt eigentlich ja eigentlich werden wir kein wenn wir aber ach so okay wir kommen eh nicht weiter doch da drüben müssen sie Fische 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 drin ja man oh yeah nice das wäre richtig geil wenn da die Fische zu geschmissen haben Ach scheiße, ich fall da mal rein. Kann man irgendwie tauchen und die nehmen? Lol, wunderbar, guck mal gar nichts. Ne, das ist ja das Übel, wenn man nicht fangen kann. Boah, das ist richtig deprimierend eigentlich. Weil ich glaub, wenn man wirft, sind das nichts, ne? Auch Pfeil und Bogen bringt nichts. Boah, ist das deprimierend. Vielleicht von der Seite hier. Ah nein, ich möchte nicht rennen. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Das ist so knapp. Guck schon. Ach komm schon. Boah, ist das ekelhaft, ohne Witz. kommt halt hier die blöden fische meine ist das nachkommen ja wohl nicht hier stehen ja ich habe ein echt geil ja so nicht machen und noch mal jemand her und ein fisch noch kommt natürlich kann er obwohl doch wir kommen her Oh, das ist deprimierend. Ich glaube, die sind bei mir zu tief drinnen. Ich erwische sie irgendwie nicht. Auch wenn sie direkt vor mir sind. Ach man, dass du dann mal gleich reinfällst, wenn du so ein Stück nach vorne gehst. Ja. Ne, die sind bei mir zu tief drinnen. Der ist direkt vor mir. Ich erwische mich. Alter, das nervt. Kann ich die vielleicht irgendwie zu dir locken? Nein, Mann. Oh nein, ich sehe nichts. Ui. Nein, 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 nein. Nein! Das ist zum Kotzen, ehrlich. Die Frage ist eigentlich, wie Fisch überhaupt hier reinfällt. Ah. Wenn er unterm Zug piekst, dann noch reinfällt irgendwie uns was und dann den Fisch nicht erwischt. Komm schon Fisch, komm mal, komm, 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 komm. Ja, wir müssen wahrscheinlich weitergehen. Ich will so'n Fisch. Ich will so'n Fisch. Ja, zwei Fische werden halt nahe ist jetzt. Dass jeder was bisschen essen könnte halt. Mich gehört da, dass wieder Leute oben rumlachen lassen. Ja, ich auch. Ja, gut, aber jetzt werden wir die ganze Zeit versuchen, hier blöden Fisch zu fangen. So hungern wir auch. Ja, aber ich hab eh schon kein... Ich verhunger schon. Das ist ja das Problem. Ich hab nichts mehr. Ja. Es ist... Ich bin klimatisch vergessen. Du hast doch noch bestimmt irgendwelche Beeren und das was. Ja, Beeren hätte ich. Ich hätte auch noch einen Snack, den kann ich noch gucken. Aber der ist eigentlich fürs rausgehen gedacht. Da direkt voll ist ein Fisch. Gibt's doch nicht, dass du da nicht reingehen kannst, oder? Das sind ja auch ohne Witz. Nee, komm, wir dürfen das nicht zu viel Zeit verschwinden. Ich hör schon wieder ein Babys. Bleib du mal unten. Es kann sein, dass die Fläche drunter kommt. Wow, ich möchte und bleiben. Oh mein Gott! Äh, unten sind jetzt die Babys. Ich hab ein Problem. Komm, komm hoch. Hö. Da oben war glaube ich noch irgendwas Fisch. Ah, der Baby. Ah. Ja, vielleicht geht's durch diesen Gang hier irgendwie da raus. Das wär mega. Aber wir haben noch keinen Stoff gefunden. Ich brauch mehr Stoff. Ja. Stoff ist was, was ich brauche, ja. Hm. Es scheint so, als würden wir immer weiter nach oben kommen, also... Wird wahrscheinlich auch bald der Ausgang kommen. Ist mir natürlich jetzt lustig, wenn es die Höhle ist, wo wir dann ins Coal kommen. Hmhm. Oh. Oh. Snacks. Oh. Was? Wo? Oh geil. Oh, ganz viele Snacks hier. Oh mein Gott. Geil. Kann man auch gleich speichern, dann speichern wir gleich. Ich muss erst mal... Es wär jetzt eigentlich vom Timing her sehr gut, dass wir hier speichern können, weil... Wir über 23 Minuten sind. Äh, genau. Aber eigentlich hätte ich noch 10 Minuten rein angeklatscht. Wir könnten noch bisschen länger machen, ja, weil man jetzt eh ein bisschen in der Höhle ist, ne? Jetzt packen wir mal schnell den Fisch. Ach, da... In... In dem Ding sind Leuchtfackeln. Lol. Oh, ok, cool. In dem Zelt. Ja. Auch noch kurz. Ich hab's auch gespeichert. Gespeichert hab ich, ja. Oh, da sind wieder Fü... Fütteln. Ja, aber ich glaub die sind... Lol, sind die was unten, ey. Ne. Ne, keine Chance, Alter. Aber man kann wahrscheinlich hier 100 tauchen, ne? Lol, ich seh gar nichts. Ich seh einfach rein. Nein, gar nicht. Du schwimmst grad ewig damit weg, Alter. Kommst du doch zurück? Ja, Gott sei Dank. Oh, Alter. Gott sei Dank. Ne, keine Ahnung, Leute. Ich würde einfach hier weitergehen. Also da geht's irgendwie hin, da hab ich's hier einfach gar nicht. Oh! Oh, Gott sei Dank. Die Fledermäuse, Alter. Alle beide gleichzeitig, ja nur. Oh. Äh. Ah, hier geht's weiter. Echt? Ja. Ah, dann kann man hier... Lol, jetzt sind wir... Und wo sind wir jetzt? Oh, Stoff, Stoff, Stoff. Ne, doch nicht. Hä, Alkohol? Aber die markieren wir uns gleich. Ja. Ja. Aber... Das ist hier diese offene Fläche, lol. Da bin ich eigentlich ganz schön vorbeigelatscht. Aber jetzt ist dann die andere Frage... Also nicht Lagerung, sondern hier... Ähm... Haben wir die jetzt durch eigentlich, oder? Ne. Aber da hinten ist gleich nochmal ein Höhleneingang, also es können... Also es wird wahrscheinlich die gleiche Höhle sein mit mehreren Ein- und Ausgängen. Ja, wie... Wie machen wir das jetzt? Weil wenn wir das jetzt ziviler machen, ist es so eine, die wir noch nicht erkundet haben. Achso, stimmt. Stimmt. Wir müssten mit den Farben ein bisschen anders an. Blau? Weiß, oder? Ja, weiß. Obwohl, weiß siehst du so schlecht aus der Ferne wahrscheinlich, oder? Ja, gut. Passt, sorry. Stimmt eigentlich auch. Das muss ich nicht mehr hinfinden. Ja, stimmt. Genau, da machen wir das so. Und ich hole mir hier mal einen Vogel. Scheiße. Müssten wir theoretisch jetzt wieder zu... Zu der Höhle jetzt gehen, wo wir reingegangen sind. Und dann den anderen Pfad nochmal gehen, oder? Blöd gesagt. Ich hab's gleich. Einen Moment. Ich hab mir jetzt auch mal einen Vogel geholt. Was hab ich jetzt? Ah ja. Ich leg die anderen auch gleich mal einen Vogel rein. Von der Krähe, die macht glaub ich kurz ab. Und gleich nochmal was rein. Ja gut, stimmt eigentlich. Man könnte eigentlich vielleicht so zwei, drei Vögel fangen. Und das einfach mal in die Höhle nehmen. Ja. Und dann gleich so'n kleines Feuerchen machen und essen. Brauchst du noch was? Ja. Ja. Oh. Oh nein. Loh. Oh. Oh nein. Oh oh. Oh. zweimal erwischt ich meine rüstung weg gemacht und jetzt noch mal ein halbes leben abgesunken ende der höhle verlier ich alles was für ein pisser ohne witz ich fressen besen ach man das ärgert mich jetzt zu tode gerade ja ich habe auch keine rüstung mehr also was richtig gut war ist wenn man grudile oder sowas gilt weil die haben relativ viel leder abgehauen und hat ein bisschen rüstung müssen oder hinten läuft wieder jemand immer mal da runter zu dem kleinen dorf vielleicht ist ein bisschen stoff ja ich warte bis dafür brand ist und ich weiß ja oder ein da sind viele kommt lauf kommt lauf durchs feuer lauf durch das nase ja ich glaube der ist diese vielleicht angefressen dass wir da sein wollen wir da kämpfen das sieht gefährlich aus glaubst man kann die weg laufen aber unsere ist auch eigentlich gleich in der nähe der eine ist gerade runter kommt vielleicht einzeln da muss das schlimmer ist irgendwann mal ausgerottet ich bin tot und nein das ist jetzt nicht richtig weil die läuft aber noch ein timer blöd ja die sind plötzlich alle drei voller rotz auf mich gleichzeitig gesprungen da konnte ich nichts machen sag mir wenn es knapp wird der ist mir hinten eingesprungen wir haben so viel überlebt und jetzt kommt wieder her und jetzt verrecken wir nach der höhle ist nach der höhle ist es so traurig ist eigentlich traurig da merkt man erstmal wie wichtig rüstung ist ich versuche wegzutauchen vielleicht wenn sie mich nicht mehr sehen oder so ich von hinten geht jetzt einmal schneller und schnell runter ich bin jetzt bald viertel gleich bin ich bei der hälfte schauen wir mal ob das weg tauchen vielleicht hilft jetzt bin ich bei der hälfte das geht auch glaubt wie lange dauert und das wiederbeleben keine ahnung aber ich würde ungern sterben weil da verliebe ich alles und ich habe echt viel also in der welt bis oben auf dieser klippe bist du eigentlich da runter gekommen du musst jetzt echt hoch einfach hoch rennen am besten energiemischung warm das blöde ist die laufen schon aus sich ich laufe 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 jetzt muss ich bei sie sind sie ist mitgeknall aber nicht mehr lang und gleich tot 9 ich bin gleich 6 scheiße es muss ich wieder heilen weil der hat ein fucking pfeil im kopf ja das denn das war eben das wurde immer ich weit damals der der mich umgebracht hat dann ja welchen headshot gegeben der ist nicht eingegangen holi schritt wir müssen zurück ja 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 also das war jetzt aber wir sind nicht weit von zu hause weg zeitlich will ich sagen es wäre vielleicht gut wenn man ja ja ich ja nun offen gott aber wir haben die erste höhlen tourfahrt und hier wäre auch gleich die nicht ach hier sind wir reingegangen dann gehen wir dann gleich da noch mal rein nicht das weiße sehe ich schon gar nicht mehr wo sind das weiße das sieht man scheinbar keine ahnung aber wir sehen ja dann wenn da was zweimal stoff sogar was der stoff und haben ob du hier noch stoff liegen sie ist hast du ja perfekt nein das ist das fleisch wieder ich finde ich schön dass wir hier ist ob es wieder um es wieder um ja dann hänge ich dir mal gleich auf so ich trinke erst mal was ist kann ich so und erst mal speichern ich bin so doof ich habe den kopf aufgehoben und nicht das fleisch da ist noch ein hasen lol ja ich habe den hausen auch gesammelt keine angst ach so deswegen aber ich habe noch ein hasen erwischt gerade eben lol nein doch alter heute steht jetzt richtig ab zwei hasen auf einmal hintereinander hängst du den hasen auf also habe ich schon ich tue hier gleich mal wieder ein paar also heidelbeeren voll perfekt so speichern und gutes für die folge ja die war lang genug glaube ich jetzt aber spannend sehr sehr spannend gut dann alles aber naja dann vielen dank fürs zu gucken danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge tschau tschüss